Sagen haben so etwas Geheimnisvolles, Mystisches und Wahres an sich. Darum sind sie auch so interessant. Im Gegensatz zu einem Märchen hat eine Sage einige Wahrheiten. In der Regel gab es die Personen oder Orte, um die es geht, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Realität. Manchmal gibt es sie sogar noch. Allerdings werden die Geschichten meist immens ausgeschmückt. Oftmals durch magische Wesen oder unnatürliche Ereignisse. Da Sagen in der Vergangenheit liegen und auch entsprechend erzählt werden, kann man sie oftmals schon an der Einleitung erkennen. Häufig beginnen diese Geschichten mit, es wurde erzählt oder man spricht heute noch von. Sagen können sich um ganz unterschiedliche Bereiche drehen. Es kann die Geschichte eines Helden sein, eines Gottes, eines Zauberwesens oder auch einfach eines historischen Ereignisses. Da sie oftmals sehr alt sind, wurden sie anfangs nur mündlich weitergegeben und erst später niedergeschrieben. Das führt dazu, dass ein und dieselbe Sage in sehr unterschiedlicher Art und Weise wiedergegeben werden kann, da sie immer anders erzählt wurde. Der Kern bleibt jedoch gleich. Das Besondere an Sagen ist, dass sie nahezu überall vorkommen. So haben die meisten Regionen ihre ganz eigenen Sagen. Von den Brockenhexen im Harz über den Rattenfänger von Hameln bis hin zur Loreley hat allein Deutschland etliche bekannte Sagen und Sagen gestalten. Und dann sehen wir uns wieder. Untertitelung des ZDF, 2020